Die oberösterreichische Industrie. Wir erzeugen Zukunft. Unser Unternehmen wurde 1895 von meinem Urgroßvater hier an diesem Standort in Everding gegründet, damals als normales Mauerziegelwerk. In der Zwischenzeit sind wir im Übergang zur fünften Generation, produzieren Ziegelfertigteile, Betonfertigteile und an einem Standort in Deutschland zum Beispiel auch Solarkulierung. Was liegt das, pickt so auch die Vitalton-Diele Eigenentwicklung. Basierend auf einem neuen Klebesystem wird zeit- und kostensparend verlegt und verklebt. Man muss also die Ziegel nicht mehr wie früher zusammen mörteln oder betonieren, sondern man kann sie zusammenkleben, was eine sehr hochfeste und schnell haftende Verbindung ergibt. Damit lässt sich eine Ziegeldecke beispielsweise komplett aus Ziegel, rundherum Ziegel, mit sehr wenig Beton- und Stahlanteil machen, die mehr trägt als eine konventionelle Decke und wesentlich schneller zu produzieren ist. Die Ziegelpalette kann sich sehen lassen. 66 verschiedene Formate bietet Leitl. Eine Tagesproduktion umfasst 200.000 Stück. Bildlich gesprochen würde das ganze sechs Häuser ergeben. Leitl. Ein Familienunternehmen in der fünften Generation mit 300 Mitarbeitern und zehn Produktionsstandorten in Österreich und den angrenzenden Nachbarländern. Einen Großteil der Führungskräfte rekrutieren wir aus dem Unternehmen. Hat den großen Vorteil, dass wir die Mitarbeiter kennen, die Mitarbeiter uns kennen und wir keine großen Überraschungen erleiden. Andererseits hat Leitl seit 1953 ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell, das natürlich in den letzten Jahren weiterentwickelt worden ist. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf unsere Lehrlingsausbildung, die wichtige Mitarbeiter im Unternehmen sind und auch 80 Prozent davon ins Unternehmen übernommen werden. Eine der größten Investitionen in diesem Jahr ist eine neue Anlage im Werk Hörsching mit dem Namen KonSol. KonSol bedeutet Kon von Konkret, also von Beton und Sol von Solar. Deshalb Solar, weil wir auf dem Dach 300 Quadratmeter Solarkollektoren platzieren werden, mit denen wir die Prozessenergie gewinnen können. In dieser 3000 Quadratmeter großen Halle entsteht eine Betonumlaufanlage, in der ab Juni 2009 Elementdecken und Kellerwände produziert werden. Zusätzlich werden im Werk Hörsching jährlich bis zu 300 Fertiggaragen erzeugt.